Du hast die Tür aufgebrochen und steigst auf, oder wie? Ja, und ich tue gerade hier Einbrecher-Skillen. Jetzt kann ich schon Stufe 1 Schlösser knacken. Ja, gut, aber wo waren die jetzt alle? Ja, ne, ich meine, wenn wir wieder mal dran vorbeilaufen. Wir müssen ja noch nie jetzt extra hin. Sei froh, dass ich das noch mache. Ja, ne, ist ja, finde ich gut. Ist das echt? Nehme ich bitte. Wunderschöne Landschaft. Joa, geht schon. Aber wenig Tiere. Na, die werden bestimmt alle aufgefressen von den ganzen Mandeln. Oh, Alter, ein Mitfahrer. Ja. Ja. Aber ich kuscheln. Weil ich so eine hübsche junge Dame bin. Zeigst du hier auch einen Weg? Okay, wir müssen laufen. Weil da unten geht's nicht weiter. Das ist so eine Garage. Ja, ich kusel. Ja, ich kusel. Ja, hier ist kein Schlecker. Hilfe, geboren von der Wildnis Ja das ist schon die Hauptquest wieder was wir hier machen Achso Oh was ist hier los? Klassentreffen Ja Boah da kommt noch mehr, hinter uns Sind du denn? Das ist halt ne falsche Auflösung, das kann ich mal in die König von Ey ich schlag den und mach keinen Schaden, was ist das denn? Ich hab doch noch... Mordertorf, komm Ja das ist voll los Ja das ist wieder schon besser alles Brennt Hab den Feuer gesackt Ja das ist Dennis, du bist mal ne leichte Bräune Ja Oh jetzt kommt der Klenner Verleckt mich doch an der Pumperze Andere Pumperze Ja Wie ist das denn? Oh Er trifft mich mit seinem Arm Ah ne, hab ich so umgeschlagen Ja Ey was war denn das jetzt bitte für ein Fail? Mein Baseballschläger trifft ihn nicht aber sein Scheiß zu kurz geratener abgefackelter Arm trifft mich Was ich darf nur, wir dürfen wohl nicht gleichzeitig sterben Na dann äh Keine Ahnung Wird alles wieder zurückgesetzt, oder? Na die sind noch tot, ja Na die sind noch abgefackelt Ah aber die haben bestimmt wieder voller Energie, oder? Ne, ne Holy shit Oh du Krippe Bruch, alter Knick Höh Oh das war mal ein Fight hier Leck mich fett Geboren Geht zum Hotel Ach du hast das Ding genommen, ne? Ach so, Entschuldigung Das ist wie gesagt, ne ist okay Wir müssen jetzt eh rein ins Hotel, glaub ich Ähm das ist die Hauptquest Warum würdest du einfach nebenbei noch mitmachen? Ja, können wir mal immer hier sind Okay, oder mal, dann tue ich auch mal schnell noch Ich bin grad aufgestiegen Ähm Wie soll es auch anders sein? Ja, mein Gott Höhe die Chance auf kritischen Treffen, wenn die Ausdauer des Feindes unter 50%lich Ja, dann machen wir das Ah, dann verpasse ich dann irgendwann nur noch kritische Treffer, äh, dann hau die gleich kaputt immer Das sind ne Scheiße Ah, und Scheiße, aber wie kann man sich nur sowas einfallen lassen, man? Das ist doch voll easy, dann Ne Ähm Ähm Wir treten des Hotels Gehen wir rein Jo Nach Ihnen Die haben wir Empfangsdamer Eine hübsche So ein Bunny-Kostüm So ein Bunny-Kostüm Oder klein nackt Hahaha Erspurt Zeit Ja 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 Eigentlich schon, ja Wo ist mein Zimmer? Wo ist mein Zimmer? Mal alles kurz im Kleinstand Vielleicht ist es etwas, was wichtig ist Ja, kommt die Auflässung wirklich heute irgendwie ein bisschen groß vor? Mal kurz nachgucken Ne Das war mal Hier liegt ein Ausweis auf der Couch Ah, hier drüben Da Inventar ist voll Aber nicht für Ausweise Aber für Geld Aber für Geld Ja Geld Na Quatsch Kack 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 Oh, du musst doch Oh, du musst doch Oh, Leander Hab dich schreit Oder was? Ey, wir sind doch hier im Hotel Da müsste es doch eigentlich Schambels geben, oder? Eigentlich geht mir von aus Also das ist ein schlechtes Hotel Hier hast du wieder einen Drucker auseinanderbauen und alles Oh, ich hab die Kasse geblindert Hier gibt es einen riesen Snack Ich hab die ganzen Weinflaschen kaputt hier Ah, hier ist einer Oh, oh Das war schon schon Ha, beim Stürzen ist Genick gebrochen Ja, das kommt vor Ich weiß gar nicht Ich hab das glaub ich gestern im Fernseher gesehen Oder gehört Dead Island Es gab, es gab jemanden, der hatte so einen langen Bart Dass er auf seinem eigenen Bart gestolpert ist und sich das Genick gebrochen hat Quatsch Wirklich Krass Ohne Witz Da muss ich mich wohl auch wieder mal rasieren, ne? Ja, na, sonst fällt es dann irgendwann mal hin Guck mal, wer da ist Der alten Mitarbeiter Du bist gefeuert Die haben zu viel Geld verlangt, diese Schweine Und das Zimmer war nicht sauber Ungeflecht Dreckig Dreckig Alright then I'll meet you in the lobby by the elevators I'm coming to you now, hang on Was will da essen? Da will ich sich mit uns treffen Ey, ey, Digga Fakt auf dem Tisch Wo, wo, wo bist du? Hier bei mir Hier bei mir, weißt? Ja, wo du grad warst Achso Hier auf dem Tisch liegt das Danke Geh Da hat er Da hat er Reit Ne Jetzt traue ich mir die Tür selber von Kopf, ey Geh Geh, geil 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 rüber und ziehen damit runter. Wir müssen gleich runter. Ehrlich? Dann gehen wir. Fahrstuhl! Hey, Fahrstuhlmusik! Das ist Zirkus. Ist doch egal. Das ist doch ein reiner Affenzirkus. Siehst du nicht die ganzen lustigen Gestalten hier, die immer versuchen auf dich lust zu rennen? Stimmt. Die Clowns. Ach, guck mal. Ja, wer ist denn da? Was bist denn du für ein Feiner denn? Halt mal ausschauen nach Champagner hier. Geh mal an die ganzen Schränke, ob wir hier irgendwie was finden. Ja. Sieht aus wie im Leichenschafel aus, ja. Die sind gerade in der Küche, guckt euch mal den Hackbraten an. Alter, leckt mich ja mal. Das ist ja egal. Ja, Hilfe! Warte! Boah, den ist zerrupp drin, ey! Boah, den ist zerrupp drin, ey! Boah, den ist zerrupp drin. Boah, den ist zerrupp drin, ey! Boah, den ist zerrupp drin, ey! Boah, den muss aus schalten! Boah, den muss doch irgendwo Zoll fliegen hier! Guck, guck mal überall, ob du da irgendwie... Ja, ich guck doch schon. Hier, wenn wir dann die Mission geschafft haben, würde ich sagen, du mal erstmal für heute wieder beenden. Ja, alles klar, können wir machen. Na. Was haben wir denn hier, oder? Hier, gerade, glaube ich, Mann. Okay. Bist du weitergegangen, oder hat er jetzt gelabert, wie du hier weiter reingegangen? Ich weiß es nicht. Ich bin hier, noch in der Küche. Incoming! Ja, aber ich habe da hinten noch ein Weg. Was ist das hier anstellen? Achso, ein Wasserhahn. Stell dich mal ein. Ich kann ja ein Wasserhahn aufdrehen. Ach, guck, hier, ich sehe welche. Das ist hier. Die Drohnen saften hier. Dazu bin ich saft. Alkohol. Ah, du musst so böse in den Kühlschrank nachgucken, wo man hier oben macht. Ja, ich guck doch schon immer. Alkohol. Zack, Raum ab. Hier ist alles erfolgreich freigeschalten. Nur eine Fleischwunde. Eine Freistunde. Fleischwunde. Freistunde. Da bist du Freistunde verstanden. Ja, hier, guck mal, hier geht der Weg lang, wo er uns hin zeigt. Aber ich habe hier hinten noch einen anderen Weg gefunden. Wenn ich nicht so eine Art Geheimweg sein soll. Ja, ich denke mal, erst mal den Geheimweg. Hallo. Hallo. has! Der ist hier. Ach so. Aa, ah, ah. Was ist jetzt? Nee. Keine Ahnung. Oder es müsste gleich jemand kommen. Das wurde verfolgt. Der sieht aus wie eine Kühlkammer hier. ach guck mal, schon wieder so ein fettes Messer ist hier an der Kiste ja, guck gleich, hier ist ein Snack, den wir erst mal zu mir nehmen ja, aber im Kühlhaus wirst du wohl kein Champagne finden ja, das ist ja so ein ach guck mal, hier wohnt noch jemand hier ist noch eine Kiste, noch ein Messer, alles voller Messer hier ja, das Messer ist sch... bist du, bist du hier reingegangen? nee, noch nee aber du, hä? Alter, wo geht's denn überall lang, man, hier sind überall Türen verwirrend hier ist ein Ausweis hier, 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 hier hier, hier, hier hier ist schon wieder eine Türen gibt's denn hier, Energy Drinks muss auch irgendwo Champagne sein Champagne sein Champagne Champagne aber ich glaub das läuft hier alles so bisschen in, ähm, Kreis vermutlich mal ähm Ja, ja ja, sie sind ja schon auf dem Rischigen Weg aber lasst's versuchen dann einfach mal nochmal zurückzugehen, ob da irgendwie... das einmal schief, falls du ihn brauchst Nee, ich bin voll. Also... Jaja, ich will schon wie du es weißt. Bedrohung. Die Drohnser. Markenverfangen, ich hab einen Markenverfangen. Schön. Komm, wir können doch den Svetlana einen Besuch abstatten. Beim nächsten Mal, oder? Ich bin so eine kleine Trötenregie. Was ist denn du hier? Gibt's ein sehr schönes, ein riesen Snack. Also... Jaja. Ein respektvolles Miteinander. Ich bin schon bitter, meine Waffen gehen andauernd zurück. Der will beißen. Rundbeißen. Oh! Oh! Ganz anders. Fette Sau! Deine hessische Made! Die Musik macht mich ein bisschen nervös. Ich weiß auch nicht. Körper? Nee. Ach so, jetzt sind wir noch gut. Ganz leise. Also... Guck hier mal die Sprengelöl. Zahnräder. Schlauch. Zitronensaft. Äh... Verwählste Leiche. Also... Marc Champagner! Äh... Ich kümmere mich dabei ein bisschen, ja. Im Sekunden. Wäge wohl. Komm, lass Champagner drin sein. Zitronensaft. Zitronensaft. Weil, wie viele Zitronensaft rein. Zitrone. Eh, gibt ihr nur Zitronensafter? Zitronensaft. 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 That could also look the group to bearem hangs. Wah也 he you. Was das dickey? Ja, ja... Zitronensaft. Luft service Zitronensaft, kommen wir in die ganze Zeit. Das freundlicher. Soviel. hier drunter gar nichts und es wird ein dem Raum wurde vorhin wird es der Asteroberin sein ich weiß es nicht im Blick hier ist die Kühlkammer die Wortmeldung ausweist bei dem ja die tür ist ja schon auf, ja sie müssten ja schon da durchgegangen werden ah das ist, hä? oh my god ich hab gebraucht ich hab gerade Champagne gefunden wirklich? ja das würde ich ja nicht sagen nice Zitronensaft also wenn du mal Appetit hast auf Zitronensaft einfach mal bescheid sagen ich hab mich auch schon 10 Liter geben oder so ich hab gern 10 Liter mir ist warm ey Rundmesser was ist das Klammern? es ist Watzke Messer als Waffe zum Bauen dann gibt es bitte her ja das ist mein Snack hier Fakt danke warte mal warte mal hier warte noch ne Tür wollen wir da mal ach so die ist zu hier oh drüben hab ich einen öfter gemacht und was so da kommen wir wieder in den Raum hier oder? das ist ein anderer ne das ist dasselbe wie es rennt wie es rennt ich muss unbedingt Waffen bauen ey das ist schon wieder ja bei mir ist urschrecklich was? Alter Alter bist du hier los? ah 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 geh mal sterben oh ich geh erstmal verrecken man ich hab doch vor uns den Schlag drin gekriegt dann nehm ich den jetzt eigentlich nicht ach oh ich hab gerade hier lila ne lila ne Waffe lila 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 ist doch gut oder? lila ist gut ja ach scheiße warte mal deine Worte ist ne? warte was denn? hast du die genommen? ja nicht nur bist du sicher? weil ich hab gerade lila das Tauchermesser aufgehoben ich hab's auch gerade aufgehoben ich hab's sogar in der Hand ok wohnt da zwei drinnen? keine Ahnung weil ich ist ja für jeden eins und deine Maräte hier? lässt du liegen oder was? ach so ah die ist scheiße ich hab's jetzt einfach mal so entschieden oh alter wie der Blut spritzt hier eigentlich links rechts die Wand alles voll geiles neues Messer wird gleich wieder kaputt sein oh ne Werkbank oh was ist denn durch die wo ist ne Werkbank? links neben dir ja schön ist bisschen fett mit deinem Arsch ich komm ja nicht durch jetzt so ähm ja ähm 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 äh genagelter Baseballschläger bauen war so fertig ich das brauche ich eigentlich nicht wie gesagt das verkaufe ich dann ich könnte gleich mal gucken was ist die eigentlich schon mit dem neuen Bauplan du du genau modifizieren Schwergewicht also ich könnte mir den zusammen bauen wenn ich will ich nicht ich nicht ich nicht aber das wird brech brech eisen brech eisen kann ich das bauen ich mach mal meinen ja aber mein brech eisen ist ziemlich schwach deswegen war das eigentlich war das ziemlich schwachsinnig ich hab jetzt mein Tauchermesser noch abgegradet äh eh du das upgradest musst du das reparieren also musst du nicht aber ich würd's reparieren hab ich doch gemacht alles klär oh hier ein schöner Pool uuuuuh hey haaah 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 haaah